Hallo, wenn du auf der Suche nach einer neuen Matratze bist, musst du kein Vermögen ausgeben. Empfehlenswerte Matratzen gibt es bereits für um die 200 Euro. In diesem Video stellen wir dir 5 Topmodelle vor, auf denen die meisten Menschen sehr gut schlafen können. Und zwar sind diese Die berühmte Anti-Kartell-Matratze, Emma One mit dem neuartigen Ergo Cell Foam, die 7-Zonen-Matratze von AM Qualitätsmatratzen, unser Preissieger und eine Öko-Matratze aus 100% Naturlatex. Alle Matratzen sind online in verschiedensten Größen erhältlich. Beginnen wir mit der Bodyguard-Matratze von Bett 1, die unter dem Namen Anti-Kartell-Matratze bekannt ist. Die Stiftung Warentest musste sich wegen dieser Matratze schon vor Gericht verteidigen. Der Grund, die deutschen Verbrauchertester testen jährlich Matratzen im Labor. 2015 konnte die 200 Euro günstige Bodyguard-Matratze der Testsieger werden. Und seitdem betont die Stiftung Warentest immer wieder, dass dies die beste Matratze ist, die jemals in ihrem Labor war und nimmt Bodyguard laufend wieder in neue Tests auf. Sehr zum Ärger der anderen Matratzenhersteller, die zwar ebenfalls oft gut abschneiden, aber wesentlich teurer sind. Wir von expertentesten.de empfehlen dir die Anti-Kartell-Matratze gern weiter. Der große Vorteil der Schaumstoff-Matratze ist, dass alle Schlaftypen darauf eine gesunde Liegeposition finden. Die Matratze hat eine feste und eine mittelharte Seite. Ebenfalls überzeugt sind wir von Emma One. Die Matratze hat einen Kern aus Tonnentaschenfedern und vier weitere Lagen. Die oberste Lage ist der punktelastische ErgoCell-Schaum. Ähnlich wie Memory Foam passt sich dieser Schaum genau an deinen Körper an. ErgoCell besteht zudem aber noch zu 50% aus Luft. Die offenen Poren unterstützen das Schlafklima und speichern Wärme. Emma One ist die richtige Wahl für dich, wenn du eine richtig gemütliche Matratze suchst, die deiner Körperform nachgibt und trotzdem stabil bleibt. Trotz der hochwertigen Materialien ist die Matratze preisgünstig. Ein toller Service ist, dass du die Matratze 100 Tage Probe liegen kannst. Eine weitere Matratze, mit der viele Menschen gut zurechtkommen, ist die 7-Zonen-Matratze von AM-Qualitätsmatratzen. Es handelt sich hierbei ebenfalls um eine Matratze mit Tonnentaschenfedern, die sich gut an die Liegeposition anpasst. Besonders ist der umweltfreundliche Tencel-Bezug. Tencel ist ähnlich wie Baumwolle sehr hautverträglich, wird aber aus einer Holzzellfaser gewonnen. Der Bezug lässt sich bei 60 Grad waschen und ist darum auch für Allergiker eine gute Wahl. Das Öko-Tag-Siegel garantiert zudem Schadstofffreiheit. Wenn du keine Schlafprobleme hast und deine Ansprüche an eine neue Matratze ganz einfach mit dem Wort normal beschreiben würdest, dann könnte die Kaltschaummatratze von Betten ABC genau zu dir passen. Sie wird als Rollpaket geliefert. Einmal ausgepackt, entfaltet sie sich sofort zu einer bequemen Matratze. Sie ist sauber verarbeitet und geruchsfrei. Für diesen Preis kannst du unserer Meinung nach kaum etwas Besseres finden. Zum Abschluss möchten wir dir eine nachhaltige und natürliche Alternative vorstellen. Die Jonas-Lieb-Matratze besteht zu 100% aus Naturlatex. Latex wird aus dem Saft des Kautschukbaums gewonnen und ist nachwachsend und biologisch abbaubar. Die Naturmatratze ist besonders gut geeignet, wenn du unter Rückenverspannungen leidest und eine härtere Matratze brauchst. Zu weiche Matratzen sind in diesem Fall nämlich eher kontraproduktiv. Die Jonas-Lieb-Matratze ist mit 7 Zonen ausgestattet und hat eine praktische Wendefunktion. Eine echte Latex-Matratze wie die Jonas-Lieb kostet zwar etwas mehr, ist aber auch besonders lange haltbar. Und das waren sie auch schon, unsere 5 Matratzen-Empfehlungen. Wir hoffen, es war das passende Modell für deine persönlichen Ansprüche dabei. Das Schöne beim Online-Kauf ist, dass du die Matratze nicht nur kurz probeliegen kannst, sondern 30 Tage oder oft sogar 100 Tage darauf schlafen kannst und bei Nicht-Gefallen das Geld wiederbekommst. Die Links zu allen 5 Empfehlungen findest du gleich unten in der Videobeschreibung. Wenn die Auswahl für dich nützlich war, hinterlasse uns bitte ein Like und abonniere unseren Kanal. Bis dahin, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.